Heute wird das Unternehmen Fresnillo analysiert, und zwar fundamental und charttechnisch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hallo! So, was sind denn die Ziele der Analyse? Erstens Wirtschaftswissen aufbauen, also circa 10% Wirtschaftswissen ist dabei, ein Unternehmensverständnis entwickeln und letztendlich die Untermauerung einer eventuellen Investmententscheidung. Das sind die Ziele der heutigen Analyse. So, wie relevant ist denn das Unternehmen Fresnillo? So, das ist sehr, sehr relevant im Silberbereich. Ja, es ist auf Platz Nummer 1. Nach wie vor 2021, 2022 auf Platz 1 hier oben. So, hier sehen wir jetzt mal die Top 20 der Silberförderer. Und was da sehr, sehr spannend ist, in 2022 haben ganze drei von diesen 20, haben ihre Produktion versus 2021 ausgeweitet. Drei ganze Stück von 20. Und sechs Miner haben deutlich ihre Produktion zurückgefahren gegenüber 2021. Also, das ist eine sehr, sehr interessante Tatsache. Die Quelle ist hier das Silberinstitute. Kann ich sehr empfehlen, wenn irgendjemand was sucht, Wissen und Informationen zum Silber, ist das Silberinstitute. So, jetzt schauen wir uns mal die Geschäftsfelder von Fresnillo an. Und hier sind sie. Umsatz 2022, 2,4 Milliarden US-Dollar. So, das ist jetzt hier überwiegend Gold wird hier gefördert. Was heißt überwiegend? Ungefähr genauso viel wie Silber, würde ich sagen. Beides etwa gleichgewichtig jetzt vom Umsatz her. Dann haben wir noch hier einen Zinkanteil und einen kleinen Bleianteil. Hier ist auch noch dabei. Und jetzt gucken wir, jetzt haben wir festgestellt, aha, Geschäftsfelder sind also Gold und Silber. Und jetzt schauen wir uns mal die Märkte Gold und Silber an. Gucken mal, wie da die Aussichten sind. Da sehen wir hier links die Goldförderung, die letzten 50 Jahre plus 100 Prozent. Und rechts die Silberförderung, die letzten 50 Jahre plus 200 Prozent. Die Weltbevölkerung hat zugenommen in dem Zeitraum plus 84 Prozent. Also Bevölkerung plus 84, Gold plus 100, Silber plus 200. Das sieht also sehr, sehr gut aus. Das sind auf jeden Fall wachsende Geschäftsfelder, würde ich so sagen. Silber ist hauptsächlich ein Industriemetall. Industrie und Investment eher weniger ein Schmuckmetall, während hingegen Gold mehr ein Investment und ein Schmuckmetall ist. So, also die Performance Gold und Silbermarkt, würde ich sagen, hier durchaus im grünen, gelben Bereich. Kann sich natürlich noch ein bisschen bessere, noch steilere Entwicklungen vorstellen, aber ich würde sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, jetzt schauen wir uns das Unternehmen Fresnelo fundamental an. Da schaut man erst mal, okay, wer sind denn da jetzt die größten Silberförderer? Die größten 10. Ja, haben wir Fresnelo an Stelle Nummer 1. Dann kommt die KGHM. Dann kommt Newment, Glencore, Hindustan, Zink, Polymetal. Dann kommt Kodelco, Sasan Copper, Pan American Silver und Penoles. So, Fresnelo hier ganz deutlich an erster Stelle. Hier mit circa, würde ich sagen, schätzungsweise 5% Marktanteil am gesamten Silbermarkt. 5% des Silbers kommen von Fresnelo. So, dann macht man sich hier einen Factsheet. Ja, schreibt man alles Wichtige zusammen. Das ist also ein Top-Tier, Gold- und Silberminer. Zentrale, die Unternehmenszentrale ist in Mexiko-Stadt, in Mexiko. Und der Sitz allerdings, der registrierte Sitz, der ist in London, in Großbritannien. So, das ist hier mal ein Bild aus Mexiko-Stadt. Das ist die Palast der schönen Künste. Und Mexiko-Stadt liegt hier. Hier ist Mexiko. Hier oben ist dann die USA. Okay, gegundet 2008. Geschäftsfelder Gold, Silber, Zink und Blei. Mitarbeiter circa 8.000 Umsatz. 2,4 Milliarden US-Dollar in 2022. Nettoergebnis 272 Millionen US-Dollar. Dann macht eine Umsatz-Vendite, eine Netto-Umsatz-Vendite von 11%. So, und jetzt gucken wir uns mal die Minen an. So, hier haben wir die erste Mine. Es beginnt hier im Norden. Also, das ist hier jetzt Mexiko. Und hier sind die ganzen Minen. Alle Minen sind hier in Mexiko von Fresnelo. Und die oberste, die nördlichste Mine, das ist die Soledad di Polos. Die sitzt also hier ganz im Norden. Die wird aber jetzt, die Förderung, die wird der nächsten Mine, Also, die sitzt dann hier, der Herradura, dann zugerechnet. Deswegen hier nur mal die Mitarbeiterangabe 405. Und Gold und Silber kommt jetzt. Und das ist jetzt die Herradura. Das ist jetzt hier die zweitnördlichste. Und die hat jetzt hier einen Anteil an Fresnelo. Umsatz gesamt circa 25%. Also, eine relativ große Mine. Und sie fördert überwiegend Gold. Eher weniger Silber. Wer sich das nochmal genau angucken will, hier stehen nochmal die genauen Zahlen in Unzen und in Kilo Unzen. Okay. So, dann haben wir die nächste Mine. Das ist die Noce Buena. 407 Mitarbeiter. Die fördert gar kein Silber. Beziehungsweise nur ganz, ganz wenig hier. 20 Kilo Unzen. Sie fördert eher Gold. Aber insgesamt keine allzu große Mine. Circa 5% von Fresnelo Gesamtumsatz. So, nächste Mine. Das ist San Julian. Das ist dann die hier. Das sind wir hier schon in der Mitte hier. Die fördert überwiegend Silber. Eher weniger Gold. Hat einen Umsatzanteil von circa, was ist das? Würde ich sagen, circa 15% am Fresnelo Gesamtumsatz. So, die nächste Mine. Das ist die Sienega. Die sitzt hier. Und die hat, die liefert, die fördert Gold circa, was ist das? Das ist so circa 5% und Silber vielleicht circa 10%. Aber auch eine relativ kleine Mine. Das sieht man dann hier. Fresnelo Gesamt circa 5% am Umsatz. So, dann haben wir hier jetzt die Fresnelo Mine. So, und die, die gibt es schon seit 1554. Das ist beinahe unglaublich. 1554. Das war im Mittelalter, würde ich sagen. 1617 Mitarbeiter. Möchte man sich gar nicht vorstellen, wie die da damals geschuftet haben. Zu der Zeit, im Mittelalter, da in dieser Fresnelo Mine. So, die liefert überwiegend Silber, weniger Gold. Das ist eine relativ große Mine. Circa 20% Fresnelo Gesamtumsatzanteil. Dann haben wir hier noch die Yuanizipo. Yuanizipio. Genau. Die liefert eher mehr Silber, eher weniger Gold. Das ist aber hier jetzt ein Joint Venture. Ein Joint Venture mit MAG Silber. Und deswegen wurde jetzt hier der Anteil am Umsatz hier nicht berücksichtigt. Und dann haben wir hier noch die Saucito. 1470 Leute, die da arbeiten. Die fördert wieder eher mehr Gold, äh, mehr Silber und eher weniger Gold. Hat einen Umsatzanteil von ca. 23% am Fresnelo Gesamtumsatz. So, und dann haben wir hier noch eine Advanced Exploration. Das ist die hier in Orizywo. Das ist eine Exploration. Die fördert noch nicht. Und hier haben wir auch noch ein Development Project. Hier unten, das ist die Pyrithes Plant. So, jetzt haben wir uns alles mal angeguckt. Die ganzen Minen. Jetzt schauen wir uns den Umsatz und EBITDA an. Das ist also jetzt hier die Umsatzentwicklung hier oben. Und EBITDA, das sind also jetzt Umsatz minus operative Kosten. Das Rohergebnis, das hat sich dann so entwickelt. So, dann fällt eben auf, dass zwischen 2018 und 2019 hier bei einem konstanten Umsatz, dass hier das EBITDA um ein Drittel zurückgegangen ist. Das könnte man untersuchen, aber das war eben schon ziemlich lange her. Deswegen mache ich das jetzt hier nicht, diese Untersuchung. Dann fällt auf, dass zwischen 2021 und 2022 ist der Umsatz um 10% gesunken und das EBITDA ist um 38% gesunken. Also, das sind die Kosten in 2021, 2022, also im 2022er Jahr. Sieht man hier schon deutlich die Auswirkungen der Kostensteigerungen aufgrund der Inflation. So, hier haben wir jetzt das Umsatz versus Nettoergebnis. Also Nettoergebnis ist dann minus alle Kosten. Sieht dann so aus. Also, da gibt es keine großartigen Auffälligkeiten im Vergleich zu dem EBITDA. Das sieht alles ganz gut aus. So, dann guckt man sich die Bilanz an. Die Bilanz sehen wir hier ein sehr, sehr starkes Eigenkapital. 3,9 Milliarden US-Dollar. Dann haben wir hier noch das langfristige Fremdkapital von 1,3 Milliarden. Wenn man das beides addiert, da kommen wir locker über das Anlagevermögen. Und das ist immer so eine Peilgröße. Wenn das Eigenkapital plus das langfristige Fremdkapital, wenn das größer gleich dem Anlagevermögen ist, dann sagt man, okay, die Bilanz sieht dann einigermaßen gesund aus. Beziehungsweise, was heißt einigermaßen? Sie sieht sogar ganz gesund aus. Okay, also hier ein Haken. Dann haben wir die Cash-Entwicklung. Das Cash startete am 01.01.2022 bei 1,2 Milliarden und endete bei einer Milliarde. Also, das sieht auch alles ganz gesund aus. Perfekt. Dann haben wir hier noch die Aktionärsstruktur. 75% von hier Fresnillo gehören der Industrias Penoles. Dann haben wir hier noch dabei Fanguard haben wir noch dabei. BlackRock ist natürlich dabei. Und wir haben einen Free Float von ca. 18%. Also alles durchaus gut handelbar. Ich würde sagen, fundamental sieht das Unternehmen. Geben wir mal ein orangefarbenes Licht, würde ich sagen. So, und jetzt kommt das Unternehmen charttechnisch unter die Lupe. Hier sehen wir die 12-Jahres-Entwicklung. Ein Rauf und Runter, typisch Rohstoffaktie. Das ist hier ein Auf und Ab, wie im Hochgebirge sozusagen. Momentan sind wir hier ganz unten. Minus 43% die letzten 12 Jahre. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd. Minus 46%. Gold hat gemacht die letzten 5 Jahre minus 46%. Das sind jetzt hier 5 Jahre, die letzten 5. Gold hat gemacht plus 50 in dem Zeitraum. Und Silber hat gemacht plus 40. Also, die Entwicklung von Fresnelo deutlich schlechter als die Metalle, die es fördert. Das sieht jetzt gar nicht mal so toll aus. So, hier haben wir mal den Vergleich zwischen der Börsenkursentwicklung und das ist jetzt hier Umsatz und EBITDA, was wir ja vorhin schon angeguckt haben. Da kann man zum Beispiel feststellen, wie schön die Börse hier Entwicklungen schon antizipiert, also vorwegnimmt. Das sehen wir hier zum Beispiel im Jahr 2021. Da ist der Börsenkurs hier gesunken. Und das EBITDA ist im Jahr 2021 hier noch einigermaßen stabil geblieben. Das ist dann erst im nächsten Jahr dann gesunken. Das hat die Börse hier schon alles schön vorweggenommen. Also, die Börse ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung, würde ich sagen. Die Schwarmintelligenz. So, wenn man jetzt fürs Nullo handeln wollte, würde ich sagen, wir sind jetzt hier an einer sehr, sehr spannenden Stelle. Circa, ja, jetzt sind wir bei 7 ungefähr, 6,80. Bei 6 ist hier absolut ein Boden. Da würde ich also auf jeden Fall dann einsteigen, weil es dann relativ günstig ist. Ich würde dann eben davon ausgehen, dass dann die Aktie wieder steigt. Kann natürlich auch sein, dass sie noch weiterfällt, auf die 5. Also, das wäre dann so die Strategie verbilligen. Wenn man so in sinkende Kurse einkauft, das macht man normalerweise beim Trading nicht. Aber ich sage mal, beim langfristigen Handel kann man das durchaus machen. Wenn man dann davon ausgeht, dass die Kurse dann irgendwann wieder mal steigen werden, dann kann man hier billig einkaufen. Die andere Alternative ist, dass man dann in steigende Kurse einkauft. Nämlich dann, wenn der Kurs hier über der ca. 11 ist, dann bildet sich hier wieder ein Aufwärtstrend heraus, weil dann dieses Hoch hier herausgenommen wird aus dem Markt. Und das wäre dann die Trendfolgestrategie, sich in einen aufbauenden Trend einkaufen. Das kann man machen. So, jetzt haben wir noch das eine Jahr für das Nilo. Minus 11%, Gold plus 10, Silber plus 20. Also auch hier für das Nilo deutlich schlechter als die Basismaterialien. Dann haben wir hier noch die Dividende. Für das Nilo zahlt immer gar nicht mal so schlecht die Dividende. Hier mal 1,5%, 3% kommt natürlich immer auf den Kurs an gerade. Also so ca. zwischen 1,5% und 3% hat die jetzt immer schon gezahlt seit 2018. Und hier die Erwartungen sehen auch gar nicht mal so schlecht aus. Also auf jeden Fall gibt es da auch immer schön ein Zuckerle zwischendurch dann sozusagen in Form einer Dividende. Also ich würde sagen, charttechnisch sieht das Unternehmen nicht ganz so toll aus, würde ich sagen. Rot-Gelb. Allerdings, wenn man jetzt sagt, okay, wenn man hier jetzt einen Boden vermuten würde und wenn der Boden hält, dann wäre das jetzt eine ziemlich gute Einstiegsposition, eine günstige Position. Es ist halt immer so ein bisschen fraglich. Also diese Verbilligungsstrategie, die kann sehr schön sein, aber die kann auch nach hinten losgehen. Also deswegen hier jetzt ein Rot-Gelbes Licht, charttechnisch würde ich sagen. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Würde ich sagen, tschüss, tschüss, servus, goodbye.